Also mir hat es sehr gut gefallen aus dem Grund, weil eben die Präsentationstechnik mich angesprochen hat. Es waren zwei Moderatoren da, die also immer abwechselnd vorgetragen haben. Das fand ich sehr auflockernd. Wir haben auch die Flipcharts sehr gut gefallen. War einprägsamer wie manche PowerPoint-Präsentation. Was natürlich auch sehr gut war, waren die vielen Übungen. Teilweise anstrengend, aber die haben wirklich was gebracht, weil man auch selber testen konnte, ob man das Ganze verstanden hat oder nicht. In meiner täglichen Arbeitspraxis konnte ich jetzt auch schon einiges anwenden. Es ist wirklich sehr positiv, wenn man seinen Gesprächspartnern erstens einmal gut zuhört, auch beobachtet, auf den Rapport achtet. Also auch diese Schulz-von-Thum-Technik finde ich ganz gut, dass man eben aus dem Gespräch rauszieht oder auch bei dem, was man selber sagt, immer darauf achtet, in welcher Ebene ich mich jetzt gerade befinde. Ich habe also schon die Erfahrung gemacht, dass das ganz gut wirkt, wenn man mal in den verschiedenen Ebenen dann spricht. Das lockert so ein Gespräch dann doch auf und man kommt dann doch eher zum Ziel. Ja, alles in allem war es eine sehr interessante Veranstaltung und ich kann es also auch durchaus weiterempfehlen.